Juri, du hast die Kontrolle! Lass sie hoch! Okay. Ach so, okay, ein Hedi. Ich hab gedacht, da kommt ja auch sowas Predator-Artiges. So. Sehr nice. So, hier wartet noch einer. Okay, der rennt weg. Ach ne, der ist von uns. Ah, die Seife! Wir dürfen im Anmarsch! Bam! Nein, explodiert mal alles. So, können wir wieder. Und dann mal los. Das sind immer noch voll viele, ey. Okay. So, wo sind die hier hin? Er ist scheinbar rumgesprungen. Ziel auf 11 Uhr! Ich verfolge ihn! Okay, was geht mit dem ab? Gratate! Alle fünfmaler! Ziel! Bravo Team! Derimeter sichern! Juri, so! Finden wir die Rappe! Hallo! Echo Team! Wir bringen in das Zielgebäude ein! Nikolai, Evakuierung vorbereiten! Echo Team ist bereit! Links sicher! Jo, links ist sicher! Jo, links ist sicher! Auf die Ecke nachden! Schöne, so ein Fußballspiel, ey! Verstand! War aber möglicherweise im ersten Schlag! Ja, so ein Fußballspiel, ey! Bravo 1, in Position gehen! Schlagieren! Mehrere Feinde betreten den Raum im ersten Stock! Bam! Yay! Slow-mo! Nein! Achso! Den müssen wir fangen! Boah! Okay! Schon wieder! Ich dachte, schon irgendwie ist da so eine Geisel drin! So, dann noch ein neues! Kommt die AKW hin! Besser! Nee! Eigentlich egal! Mit dem Granatenwaffe rein! Oh ja! Was geht denn hier ab? Gasmasken auf! So! Wiedererkannt? Nein! Nein! Bitte! Wo ist Makarov? Sag's mir! Dann kriegst du sie! Ha! Das ist der Böse! Wo ist dieser Volk? Da! Paris! Er hat die Lieferung in Paris beaufsichtigt! Also gut! Das hier ist für die Jungs in Erfolge! Haha! Bitch! Nikolai! Baraba hat ausgepackt! Wir haben was wir brauchen! Fast geschafft! Die Landezunde sieht gut aus, aber der Sandsturm kommt schnell näher! Wir sehen Sie! Treffen in 20 Sekunden! Oh oh! Dieser Sturm ist gewaltig! Wenn wir was nicht brauchen, dann da rein zu geraten! Los! Jo, dann lauf! Klops! War er hat die Wahrheit überwollt gesagt! Wer hat die Wahrheit gesagt? Ich verwende Makarovs Leben darauf! Schaum, schütze! Schaum, schütze! Schaum, schaum! Schaum, schaum! Schaum, schaum! Schaum, schaum! Schaum, schaum! Okay, na toll! Das war ja klar! Das war ja klar! Kontaktrecht! 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 Und Köln! Weg von hier! Mua, das trifft ihn gar nicht! Nikolai, Planwinderung! Den Rechtsschutz freit der Landesschule! Der Sandsturm kommt schnell näher! Wenn er hier ist, kann ich nicht wachsen! Seien Sie da! So, Auto! Bam! Ja! Wir müssen die zweite Landezone erreichen, bevor der Strom kommt! Gehen wir! Ja! Ist klar! Und Cheap und so! Der Fahrt aber weg! Ja, hallo! Ich gebe mir den ab! Ja, hallo! Gleich Bäm tot! Ja, hallo! Noch mehr auf dem Dach! Weiter vorstunden! So, hey! Geht da hoch! So, da oben war doch auch noch einer! Ja! Oder nicht! Ja! Der lebt auch noch! Auf der Decke. Die Landezone ist nicht bereit! Ja! Ja, 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 ja! Wieder ein Koffer! BAM So, hier und da Haben wir eigentlich nicht nur die Striker? Muhaha Wow Was geht denn bei dem ab? Der ist schon tot Witzig um die noch Nicolai, wir sind bei der Landezone. Wo sind sie? Hast geschacht Jo, machen wir schneller Ja, super Toll, hoch, runter Hallo Nicolai Ich sehe hier die Hand vor Augen BAM Hoho Alle auf einmal Ich sehe fast gar nichts Captain Price, wir sind bei Nicolai, stehen aber unter schwerem Beschuss Durch halt, wenn wir sind fast da Kommt da ne Auto raus? Wir wollen wohl zu Nicolai Erlenige sie Bam So Und wo sind die Gegner? Boah, da sind ja glaube ich richtig viele Hier Hier Granatenhagel Jetzt jetzt, warum kann ich hier nicht weiter? Ich kann sogar mit dem Nicolai auf dem Rücken sprinten Wow Chill mal Uppala leh Uppala leh Oh Oh Das Volk in Paris ist. Wie kommen wir mitten in einem Krieg dahin? Wir nicht, aber ich weiß wer schon.